Hallihallo, willkommen zu einem neuen Video, endlich mal wieder. Ja, ihr seht hier schon, ich habe ein neues Kanal-Design. Das ist noch nicht ganz fertig, also es sieht noch nicht so toll aus. Aber ich finde, es geht schon. Diesmal habe ich es selber gemacht. Das letzte Mal hat das ja Quicktime LP für mich gemacht. Ja, und jetzt mache ich mal selber eins. Und es ist noch nicht ganz fertig, einfach nur so ein kleiner Test. Mal sehen, wie es aussieht hier oben. Und ja, das wird dann auf jeden Fall noch bald überarbeitet von mir. Soviel dazu. Ja, warum kamen die letzten Tage keine Videos? Das ist ganz einfach. Erstens muss ich weiterhin Bewerbungen schreiben. Zweitens hatte ich gestern einen Einstellungstest. Da musste ich am Wochenende noch für lernen. Drittens hatte ich noch zwischendurch eine Geburtstagsfeier. Viertens habe ich immer noch Fahrstunden. Und fünftens habe ich nächste und übernächste Woche praktische Prüfungen. Von daher muss ich jetzt morgen und übermorgen, habe ich auch noch eine Fahrstunde. Und dann bin ich eigentlich fällig damit. Muss ich noch die Prüfung bestehen. Was ich auch hoffentlich schaffen werde. Und ja, deswegen kamen die letzten Tage keine Videos. Da müsstet ihr eigentlich Verständnis für haben. Wenn nicht, kann ich euch nicht helfen. Anders geht es nochmal nicht. Ja, das Video habe ich eben schon mal aufgenommen. Da habe ich ein tolles 22-minütiges Video aufgenommen. Leider habe ich vergessen, dass in Camtasia mein Audio aus war. Das war richtig geil. Kann ich nur sagen. Denn ich habe in dem Video irgendwie 5, 6 Dungeons gemacht. Ich habe auf RTL 2 ein Dungeon geschafft. Ich habe auf S5 ein Dungeon geschafft. Ich habe auf S6 zwei Dungeons geschafft und ein Epic bekommen. Und ich habe auf S16 nichts zu nehmen. Ja, das habe ich eben alles einfach so verlabert. Und ja, ich habe es einfach mal gelöscht, weil ich einfach keinen Bock mehr darauf hatte, alles nochmal nachzusynchronisieren. Ne. Also egal, mache ich es einfach nochmal. Diesmal jetzt mit keinem Dungeon, weil ich ja eben erst einen gemacht habe. Aber naja. Hier habe ich jetzt nichts bekommen. Kein Epic, aber 34 Dungeons. SF-Challenge sieht weiterhin so aus, dass immer noch Schilling vorne ist. Mit fast Stufe 75, aber halt auch 37 Dungeons. Ich habe erst 34, bin langsam am Aufholen mit den Dungeons jedenfalls. Und ja, jetzt machen kann ich jetzt ja keinen. Ich habe eben erst einen versucht, wie ihr seht. Machen wir erstmal eine Quest hier. Geschick 74 aus der 50. 74 aus der 50. Das könnte ich eigentlich mal nehmen, aber ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Ne, nehme ich lieber nicht. Kommt. Ich habe eigentlich erstmal genug Ausdauer. Reicht eigentlich. Und dank dem tollen Glückstrank habe ich hier auch ziemlich viel Glück gerade. Skillen wir noch ein bisschen Glück und Ausdauer. Ja, dann war es das hier mit RTL 2. Also wie gesagt, jetzt wisst ihr, warum nicht so viele Videos kamen. Nochmal herzliches Dankeschön an alle, die hier bei meinem kleinen Gewinnspiel-Video einen Daumen hoch gegeben haben. Das waren inzwischen relativ viele. Ich gucke mal ganz kurz. Moment. Nein, du schreibst jetzt nicht. Ja, aber schon 1100 irgendwas Aufrufe. Ja, 142 Daumen hoch. Also vielen Dank dafür. Das ist schon mal echt super. Dann hier könnt ihr euch das richtige Video auch mal anschauen. Das kriegt jetzt auch inzwischen relativ viele Aufrufe. Ah, da hat noch jemand einen. Ah, zwei neue Bewerbungen. Das ist sehr gut. Dann endlich mal ein bisschen, ja, noch mehr Konkurrenz, würde ich mal sagen. Ne, weshalb ich jetzt gedrückt? Ich wollte eigentlich alle Videoantworten sehen. Da. So, ja, vier Stück sind es jetzt schon. Da bin ich. Also vielen Dank, dass ihr mein Video Daumen hoch gegeben habt. Aber bitte gebt den anderen Videos keinen Daumen runter. Das ist ein fairer Wettbewerb. Und ja, finde ich nicht gut, wenn ihr jetzt da irgendwie wen einfach so hatet, in Anführungsstrichen. Ja, soviel dazu. Kommentar, gucke ich mir gleich an. Dann geht's weiter mit Server 6 US. Da habe ich eben Dungeon geschafft und Epic bekommen, was nicht ganz so toll ist. Hat nur 3x plus 56, ist nicht das Beste. Ähm, ja. Denn vergleichsweise hätte ich jetzt schon eins mit allen Attributen plus 49 bekommen können müssen. Ähm, und da ist das Epic doch relativ schlecht. Also, klar, es ist doch ganz gut, aber ne. Für mein Level ist es doch nicht ganz so gut. Ja, Sandmann kann ich auch mal wieder angreifen, den alten Sack. Ja, jetzt haut er mich bestimmt wieder weg, ey. Blöder Sandmann. Ha, doch nicht. So, da kriege ich noch was fürs Album. Vielen Dank. Und dann machen wir wieder eine Quest. Ähm, ja, Dungeon wäre der nächste, glaube ich. Ich hatte hier ein paar Versuche gehabt. Also, ich hatte 16 Pilze, jetzt habe ich hier ein paar ausgegeben. Der nächste ist, glaube ich, hinterhältige Halunke. Mit Stufe 54 schaffe ich aber irgendwie nicht, wegen meiner schlechten Ausrüstung. Aber, naja. So, machen wir schnell hier eine Quest. Und gucken wir auf Server 16. Das ist ja das erste richtige Video auf Server 16. Ähm, ja, warum? Es gibt einfach nichts Spannendes hier. Also, den Start hat jeder schon gesehen. Und, ähm, dass es bei mir nicht so toll läuft. Das weiß auch fast jeder. Intelligents 21. Nee. Ähm, ja, die hatte ich immer noch so im Inventar hier drin. Aber, ich weiß nicht, ob ich die jetzt nehmen soll. Das behalte ich nochmal drin. Ähm, ja, wie gesagt, es läuft hier einfach mal gar nicht. Ich habe jeden Tag den Zauberladen leer gekauft. Wirklich komplett leer gekauft, bis nur noch Pilze drin waren. Also, nur Sachen für Pilze. Trotzdem fehlt mir das Sammelalbum. Das ist doch mal richtig geil. So wenig Glück habe ich echt selten. Ja, die Gilde hier, Lebkuchenburg. Da ist, äh, der liebe Darius auch drin. Mit Stufe 28. Der hat jetzt schon ein 31% Album. Äh, 10 Dungeons. Ja, der kommt gut voran. Äh, ganz im Gegensatz zu mir. Dann sieht man mal, was das Album alles ausmacht. Echt, ey. Der ist 5 Stufen über mir. Klar, ich habe am ersten Tag jetzt nur irgendwie 15 Alus oder so gemacht. Ähm, ja, aber der ist doch schon echt ziemlich weit. Naja, gucken wir kurz im Zauberladen, ob jetzt irgendwas Tolles da drin ist. Irgendwas, was ich gebrauchen kann, hoffentlich. Ach, komm, ich verkaufe die Handschuhe jetzt hier. Kein Bock auf die. Äh, das hier auch noch kaufen. Komm her. Ich habe noch einen Intelligenztrank. Ach, du Scheiße. Wie viele Intelligenztränke sind denn hier? Ähm, der Helper ist 19 Uhr. Den verlängere ich jetzt einfach mal. Zack. Was jetzt verlängern? Den musste ich jetzt leider ersetzen. Ähm, verkaufe ich den hier. Kauf mir den neuen. Und immer noch nichts Tolles hier drin, ne? Das ist doch schön. Und das letzte Item für ohne Pilze. Noch eins. Und da ist noch eins. Und noch eins. Aha. Und noch eins. Ja, und das war es dann auch schon wieder. Das ist doch toll, wie viel Glück man mit dem Album haben kann. Ja, Stäbe hier sind alle gut und alle zu teuer. Alle Pilze mache ich nicht mit. Ähm, ja. Sonst echt nur Müll im Laden. Und den Rest muss ich hier leider für meinen Charakter ausgeben, da der so schlechtes gilt ist, weil ich eben jeden Tag den Laden leer kaufe. Ja, ja, ja. Das ist schon echt ne Kacke hier. Da ist wahrscheinlich echt jeder besser als ich hier. Also, selbst der schlechteste Spieler hat mehr Glück als ich hier. Äh, ja. Auch hier alle in meinem Rangbereich. Haben alle eigentlich ein Album, oder nicht? Ne, der hat auch kein Album. Ha. Ah, der hat ein Album, ja. Ach, Mensch. Ich will auch ein Album haben. Dann könnte ich hier vielleicht mal wieder ein bisschen weiter vorne mitspielen. Aber nein. Ja, wurde ich wieder angesprochen. So, machen wir hier auch eine Quest. Äh, ich lege jetzt eins 20. Was ist da denn? Ja. Da ist meins eindeutig besser. So, ähm. Dann war es das hier auch eigentlich schon wieder. Jetzt habe ich hier neun Minuten aufgenommen. Das ist doch schon mal auch etwas. Eben waren es 20 wegen den ganzen Dungeons und so weiter. Aber, naja. Immerhin. Ähm, so. Joa. Gucken wir mal noch einen Kommentar hier an. Joa, ähm. Was gab es denn noch? Irgendwas wollte ich noch sagen, oder loswerden. Ja, also die neue Videos kommen dann auch bald wieder. Ähm, weniger von Server 16. Wie gesagt, das kann ich ja nicht zeigen. Ähm, von Server 6 erst einmal auch nicht. Da habe ich erst einmal Ende im Gelände in den Dungeons. Da schaffe ich jetzt erstmal keinen mehr. Ähm, dann. Ja, S5. S5 auf jeden Fall. S5 ist irgendwie so mit S6 jetzt irgendwie mein Hauptcharakter. Immerhin schon Stufe 97 mit ganz guten Epics. Ich meine, der ist nicht schlecht. Dungeons kann ich da auch bald wieder machen. Ich habe ja eben erst einen geschafft. Und, ja. Das ist echt ein guter Charakter. Kann man ja nicht sagen. Mache mal noch kurz einen Arena-Kampf. Und dann ist auch Ende im Gelände hier. Ende auf ihn. Der macht mich wahrscheinlich wieder platt. Oder? Ja, Crit. Bam. Da ist mein Crit. Da ist er down. Album kriege ich auch nichts mehr. Aber egal. So. Ja, das ist doch mal eine Hammerne-Quest. Hammerne-Quest hier. Ja. Kanaldesign habe ich ja eben hoffentlich erwähnt. Wie gesagt, das ist noch nicht die finale Version. Ich bin immer noch am Designen ab und zu, wenn ich mal Zeit habe. Also, das ist erstmal so das Zwischendesign hier für die nächsten paar Tage. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. So, äh, mich würde es freuen, wenn ihr das Video bewerten würdet. Und seid nicht ganz so ungeduldig mit den nächsten Videos. Wie gesagt, ich habe nicht ganz so viel Zeit, aber das ändert sich hoffentlich noch. Jo, bis denn und ciao. Wie gesagt.